Grüß euch Leute! Herzlich Willkommen zurück bei Let's Play Dark Souls 3. Wir haben heute zwei Möglichkeiten zu gehen, die Skeletträder ausgenommen, die für die wir irgendwann wiederkommen. Einmal geht's hier lang, einmal geht's und einmal geht's unten in diese Höhle rein. Ich würde sagen, wir gehen erstmal... Wir können aufleveln! Warum tust du denn nichts? Ja, weil das der Kugeltyp ist und ich weiß nicht, ob die Kugel mir nochmal nützt. Den Kugeltypen erstmal nicht umbringen. Okay, das soll das... Ah? Nein! Ach dammit, das ist scheiße! Gut, hier ist dann gar nichts außerdem... Ah shit, eines Grabwächters, okay! Was auch immer, wir können das sicher irgendwem geben. Da hat der Dinkel an Verkäuferin... Wahrscheinlich! Gut! Dann geht's weiter! Und zwar hier, wo was so... schon so prägnant ausgeleuchtet ist, so ein Wink mit dem Zaumpfeil! Ja! Da geht's lang! So, okay! Oh, Moment, das mache ich jetzt so... Vielleicht hilft's ja was! Glaubst du es? Oh, wahrscheinlich nicht, aber... Ah doch, es hilft was! Die sehen einen dadurch fast gar nicht! Feuriger Edelstein! Feuriger Edelstein! Sehr gut! Oh oh! Okay, ich kann den vielleicht backstabben durch die Tarnung! Glaubst du das? Ja, ich glaube es! Und ich... Es schaut gut aus! Hängebrücke dort einstürzen! Moment, was steht denn da? Die Hängebrücke droht einzustürzen! Nein! Ja! Ja, das überlebt er nicht! Da stoppt auch nichts! Oder kommen wir da noch? Über 300 Punkte! Ja, 300 Seelen! Seelen, ja! Äh... Gelbes Glühkäferchen! Okay, was sind... Aber ich glaube, der Tipp, die Hängebrücke droht einzustürzen, ist recht wichtig! Ich glaube... Entweder nicht drüber gehen, wenn es sich vermeiden lässt, oder drüber rennen! Wahrscheinlich lässt es sich eh nicht vermeiden! Ist das dann nur zwei? Ne, nur zwei! Und der eine hat getroppt! Der andere steht wahrscheinlich gleich wieder auf! Okay! Nö! 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 Noch steht keiner auf! Der hat ja was hergegangen! Ja, einer! Aber der zweite vielleicht nicht! Gut! Also! Moment! Der ist noch... Ah! Oh! Okay! Ähm! Ich war drüber gerannt! Okay! Laufen! Was soll passieren? Und jetzt hau auf die Steher! Das heißt... Geht nicht! Okay! Einfach laufen! Das schaut nach Boss aus! Das schaut nach Boss aus! Das schaut nach Boss aus! Okay! Okay! Die Hängebrücke ist nicht ein! Okay! Okay! Ich verpiss mich! Tschüss! Wir gehen zum Boss! Bitteschön! Goodbye! Oh! Bitte sag, dass ich derweil unverwundbar bin! Das ist gleich ein Bossraum! Was? Echt nicht! Schaut nicht so aus! Ah! Das kannst du mir jetzt nicht antun! Dass die mir hier... Verbringen kannst du nicht! Nee! Dann muss das ein Bossraum sein! Dann kommt der wahrscheinlich jetzt erst! Da oben, ja! Kelch berühren! Das ist ja berühren! Ja! Hörsch! Lass mich raus! W-w-w-w! W-w-w! 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 Oh! Ähm. Okay. Okay, Sekunde. Ich glaube, die Hände sind mein bestes... Ah, hier, die hat ja zu... auf seinen Händen so... so goldene... Dinger, ich glaube... diese goldenen Dinger... Ah, nee. Oh Gott. Oh, fuck. Okay. Ich hau dem einfach mal auf die Finger. Wird er das Zeug? Äh, ja, scheiße. Wobei, vielleicht stimmt, vielleicht ist das... Oh, nee! Folianter gab es. Das hätte ich mir nachher auch holen können. Ich glaube... Gut, unter anderem bist vergiftet sofort, gell? Ja, nee, ich bin nicht vergiftet. Ich verliere einfach unendlich viel Leben. Wahrscheinlich, damit ich nicht durch den durchrennen kann. Wahrscheinlich ist dahinter einfach gar nichts. Und deshalb ist das das Weg des Spiels, das... Okay, ähm... Alles klar. Gut, Sekunde, jetzt muss ich da kurz warten. Beziehungsweise, wir können ja jetzt mal kurz ausprobieren, ob es tatsächlich hier sich ausgeht. Wenn ich mich hier herstelle. Du sagst ja. Tatsächlich. Gut, das heißt, wir müssen nicht ganz so viel warten. Und wir können übrigens einfach weiterlaufen. weiterlaufen. Oh, damn you. Okay. Oh, damn it. Was heißt die Hängebrücke? Dass die Hängebrücke droht einzustürzen, ist eine sehr, sehr, sehr seltsame Sache. Ja, die Sache ist, wie stürzt der ein? Stürzt er einfach ein, wenn wir ihn nicht beim vierten Mal schaffen oder so? Ich kann ja auch noch. Das wäre irgendwie sehr doof, wenn das passieren würde, weil... Ja, theoretisch fangst du ja wieder von vorne an. Stimmt. Und vor allen Dingen, ich... Sekunde, das ist gerade sehr seltsam. Muss ich wieder hier... Nein, 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 geh weiter, Mann. Ja, das habe ich mir gerade auch gedacht, dass das vielleicht eine bessere Idee ist. Vielleicht gibt es ja hier sogar irgendwas. Okay, ne, hier geht es nicht weiter. Diese Schnurr aufmachen. Wahrscheinlich. Aber ich... Es ist wahrscheinlich eine gewagte Theorie, aber vielleicht gibt es hier irgendwo eine Möglichkeit, ihm mehr Schaden zu machen, weil wir machen dem ja wirklich fast keinen Schaden irgendwie. Wobei es... Du musst es mit, 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 mit... Ich bräuchte eine göttliche Waffe. Ein Flammenschwert oder so irgendwas. What the fuck? Wir haben ein Flammenschwert. Ich habe noch einmal mit extra... Es gibt nur einmal Flamme. So, kann ich das irgendwie überspringen? So. Genau. Und weg. Ja, ich glaube, jetzt haut der da mit hin. Hä? Oh, das war gut. Ich glaube, irgendwie muss ich diese Goldziegel an seinem Ding brechen. Nein, 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 nein. Oh, was macht er jetzt? Okay. Du meinst, ich sollte ihn einfach nur so bekämpfen, bis er stirbt, oder was? Oh, Gott. Der ist schlimmer als Nito. Aber er tötet seine eigene Skelette, genau wie Nito. Das ist gut. Damn you. Ja, aber das Gute ist, seine Hände blocken die auch. Die blocken nicht nur mich ein bisschen ab, sondern... Jetzt... Oh, fuck, was macht er jetzt? Oh, fuck, was hat er jetzt? Ah, jetzt hat er so ein scheiß Schwert in seinem Ding. Ah, ja, genau. Ja, genau. Okay, damn you. Der hat dich noch ein wenig berührt mit den Schwerden, du wirst hinüber. Hochführst Wohlen hier. Ja, da musst du was anderes sehen. Das gibt sicher... Da gibt es sicher irgendwie einen Trick. Ja, genau, da brauchst du eine Strategie. So einfach geht das nicht. Ja. Oder brauche ich wirklich einen Trick, ist halt die Frage. Ich könnte... Wir könnten probieren, das ist die einzige Sache, die mir gerade einfallen. ...wurde. Haben wir hier einen NPC getroffen in den Katakomben? Ich glaube nicht. Es gab... Oh, ja, die haben irgendwie... Eine hat gesagt, sie hilft dir. Ja, aber ich glaube kaum, dass ein NPC noch dazu wirklich euch hilft, weil ich meine, ich bekomme den jemals am Viertel runter. Oder vor allen Dingen die Skelette. Ich glaube, das Schwert wäre gar nicht so schwer, wenn die Skelette nicht wären. Dann habe ich noch eine Idee. Wir könnten vielleicht irgendwie eine göttliche Waffe machen. Das ist das Einzige, was vielleicht gegen den Typen hilft. Schauen wir mal. Können wir Waffen durchwirken mit göttlichem Schmarrn? Am besten eine Waffe, die ich führen kann, wie zum Beispiel... Achso, das ist ja das Spreitschwert. Was kann ich ihm führen? Ich kann überhaupt gar nichts führen. Doch, hier den Rapier, aber der macht mir ein bisschen wenig Schaden. Und deine kannst du nicht... Moin, äh... Ja, dann... Nee, kann ich nicht. Setzt was, ja. Nee, ich glaube, das Einzige, was Sinn macht, wäre hier die Banditen-Axt. Mit... Gift, nein. Gut, ja, die Sache ist, ich weiß ja gar nicht, was die einzelnen Sachen genau bedeuten. Das muss ich mir erst mal anschauen. Äh, hier. Nee, doch hier. Oh, hier. So, krut, gealtert, kristallfeurig, gesegnete Waffe. Du wirst aber sehen, das ist auch ordentlich. Ja, nein, dann ist alles im Arsch. Dann müssen wir von vorne anfangen mit dem ganzen Schwert. Achso. Ja. Äh... Warum können wir das nicht... Das ist wahrscheinlich nur... Moin, vielleicht können wir bestimmte... Wahrscheinlich nur Schwert. Nee, wir können hier gar nichts irgendwie auf die Weise aufleveln. Wir können hier gar nichts gesegnet machen. Oder ist gesegnet etwas nur, was... Nee, wir können einfach... Nichts gesegnet machen. Das ist strange. Verstärkung. Meinst du, dass man die erst ab plus irgendwas... Das müsste aber eigentlich stehen, wenn man das nur könnte, wenn das schon aufgelevelt ist. Äh... Wir stellen langsam TP wieder und versuchen bei wiedergeborenen schweren Schaden. Hm. Gut, wir könnten nur noch mal mit der reden, die uns eben gesagt hat, dass sie uns hilft. Hm. Irgendwie noch was zu sagen. Ach, die ist hier schon weg. Die war ja hier. Die wird irgendwo anders sein. Das sagst du jedes Mal. Aber die Leute sind grundsätzlich nicht irgendwo anders. Die sind entweder da, wo sie sind, oder sie sind schon weg. Die kommen dann erst wahrscheinlich wieder. Da unten selbst sie geht immer wieder woanders hin. Ja, aber du musst verstehen, dass manche Leute hier in solchen Spielen an anderen Orten auftauchen können und andere aber nicht. Es könnte auch einfach nur sein, dass wir zu wenig Glaube haben, um verstärken in die Richtung zu können. Die Sache ist... Boah, die Sache war wichtig. Ich habe keine Ahnung, wie wir den schaffen könnten. Gehen wir nicht woanders hin? Nein, das ist die einzige Stelle, die wir noch hin können. Es gibt für uns nur mit jetzt im Moment diesen Weg. Mhm. Soweit ich es so weiß. Äh, ja, es gibt sonst keinen. Ich meine, bei den... Boah. Boah. Was du das einmal mit dem probierst? Mit was Ding? Mit... Magie? Ja, Wolf, ich kann den ja nicht anvisieren. Der ist ja viel zu weit weg. Magie hat ja nur eine begrenzte Reichweite und der ist ja gigantisch groß. Ja, schon. Und ultra weit weg eigentlich. Ähm, ja. Ja, die einzige Sache ist, wenn ich ihn jetzt nicht schaffe, dass ich... Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was man da machen könnte. Einzige Idee... Ja, boah. Vielleicht müsst ihr was sein hinhauen. Ja, was soll das bringen, dass wir hier die Skelettbrücke... Die Brücke einstürzen lassen? Das bringt uns ja nur Schlechtes. Prinzipiell, oder? Ja, boah. Ja, wie gesagt, die einzige Sache ist, die ich mir noch vorstellen kann, ist... ...dass es hier irgendwo in einer Vase etwas gibt. Dass es uns den Kampf leichter macht. Was ich nicht glaube, aber... Keine Ahnung. Vielleicht ist es ja auch so, dass jede Vase, die hier funktioniert, ein Schild für den Typen ist. Weil der quasi seine Energie aus den Knochen hier zieht. Und er dadurch stärker wird. Das heißt, wenn wir alle Vasen hier zerstören, ist er leichter. Das wäre meine einzige Sache, die wir irgendwie probieren könnten. Dass wir mal einige Vasen hier zerstören und schauen, ob er mehr Schaden bekommt dadurch. Weil falls ja, falls ja wirklich, wenn man alle Vasen zerstören, sehr einfach wird... ...wär das gar nicht mal so blöd. Zumindest rein theoretisch. Also von der Logik her meine ich. Ich glaube nämlich, der ist gar nicht wirklich real. Ich glaube eher, der ist so eine Manifestation aus allen Knochen in dieser Gruft. Verstehst du? Das bringt schon sehr, ja. Vor allen Dingen hier zum Beispiel, diese eine Säule ist auch so enorm bläulich. Dass man vielleicht bei der irgendwas machen kann. Die Säule ist zum Beispiel sehr blau. Dass man hier irgendwie was machen kann. Ich zerstöre jetzt einfach mal ein paar Vasen und dann gehen wir nochmal kurz rein. Ich habe keine Ahnung, wie lang die Folge inzwischen ist. Äh, ne. Inzwischen, weil wir haben eine Folge, die länger ist, gemacht. Eine, die 20 Minuten ist. Keine Ahnung. Sie ist auf jeden Fall so an, die 20 Minuten inzwischen lang. Hoffe ich. So, die zerstören wir hier noch, die großen. So, und wenn das jetzt nichts bringt, dann bin ich überfragt und wir müssen nachschauen. Wie man den Typen am besten macht. Vielleicht sind es ja grundsätzlich nur die großen Vasen. Hä, oder ich weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Wir probieren es jetzt einfach nochmal. Wir probieren es. Hoffe du uns und schön. Prost. Wir kommen ja eh wieder immer hierher. So. Ah, siehst du, er hat jetzt auf einmal 6000 Schaden bekommen. Weiß nicht, ob das ein Anzeigefehler ist. Okay, ich glaube es war ein Anzeigefehler. Er bekommt jetzt nämlich, glaube ich, nicht mehr Schaden. Damn you. Oder bekommt er mehr Schaden? Ich glaube nicht. Ich glaube, er bekommt vielleicht sogar weniger Schaden. Damn you. Okay, ich muss bei dem, bei dem kann ich nicht ausweichen. Ich muss bei dem einfach schauen, dass ich das Timing richtig hinbekomme. Okay, jetzt sprühe ich irgendwelche Lauge. Ja, die einzige Sache ist, was ich mir vielleicht vorstellen kann, dass ich vielleicht ausnähe. Dass ich seinen Kopf bekämpfen sollte. Oder halt wirklich diese komischen Dinger hier an seinen Armen. Ja, siehst du! Yes! Das ist es! Das ist es! Ich muss diese Armbänder platt machen. Okay, was macht der jetzt? Macht der wieder irgendwas? Gut, ich hoffe, er beschwört seine Skelette noch eine Zeit lang nicht. Ich kann die eigentlich doppelte Zeit nicht nehmen, weil ich kann den eh nicht blocken. Arschloch! Los! Brich! Wichser! Vielleicht das jetzt? Damn you! Brich! Scheiß Armband! Okay! Hä? Wo ist seine Hand? Keiner! Da ist sie! Damn you! Wir haben aber inzwischen immer in der Strategie. Wir müssen... Damn you! Wo ist die Hand? Da! Gut! Ich glaube, die Bänder sind halt einfach unterschiedlich stark. Manche sind wahrscheinlich ein bisschen... Okay, jetzt macht der... Moment! In der Zeit kann ich ja eigentlich... Komm, brich! Arschwarzen! Okay! God damn you! Okay! Komm! Brich! Yes! Oh, fuck! Wenn wir den jetzt hinkriegen! Oh, Skeletträder! Fuck off! Okay! Ich habe nur eine Möglichkeit jetzt gerade. Und zwar, das ist, dass das letzte Band endlich bricht. Komm! Hey, nein, 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 nein! Fuck, jetzt bin ich außerhalb seiner Reichweite gelaufen. Ich glaube, wenn wir das schnell genug machen können, dass seine Bänder brechen, wenn wir uns wirklich nur darauf konzentrieren, schaffen wir ihn. Aber siehst du, wir haben ihn jetzt fast da angekriegt. Also, es ist nicht so, dass... Es gibt sicher irgendwelche Challenge-Videos, wo du ihn nur so besiegst. Aber ganz ehrlich, ich bin nicht wahnsinnig. Gut, dann wissen wir zumindest, was wir beim nächsten Mal anstellen müssen, um wahrscheinlich zu gewinnen. Aber vorher wahrscheinlich ich... Ich schätze jetzt, wir geben von uns an Tipps ab, wenn wir einen Boss sehen. Nach dem ersten Mal, gut, wir sind jetzt schon ein-, zweimal gestorben. Wie viele Versuche denkst du, brauchen wir? Ich glaube, dass wir nur zwei, drei brauchen. Also, beim dritten, glaubst du, machen wir ihn. Zweimal sterben, einmal machen. Ich schließe mich dem an. Beim nächsten Mal sehen wir, wie es wird. Bis dahin sagen wir, ciao! Tschüss!